Na toll. Also, hello! Ich bin hier, ja, in der Welt nach der Slenderbearer-Aufnahme. Und, ja, was will ich machen? Wie im Titel sicherlich zu erkennen ist, mal sehen, was ich da reinschreibe, werde ich diese, ja, etwas erzählen, was ich nun tun werde. Warum auch nicht? Und um nicht einfach nur irgend so einen Bildschirm zu haben, wo man die ganze Zeit da auf den Punkt starren kann, bin ich jetzt einfach mal hier, in dieser schönen World, wo ich vorn war und vom Slenderbearer gejagt wurde im letzten Video. Können wir auch mal ein paar Einstellungen ändern. Was ist das? Fog off. Fog off, Junge. Oh, Frame Rail. Äh. Ja, irgendwie bei der Welt. Ich war froh, dass das bei der Slenderbear-Aufnahme so relativ gut geklappt hat. Mit der Framerate. Also, Bildrate pro Sekunde. Weil ich hier relativ viel mit World Edit, was auch immer, gemacht habe. Und dann war das etwas langsamer. Egal. Interessiert nicht. So, jedenfalls, was werde ich tun? Äh, ich hatte ja, wenn, wer mich eventuell von vorher kennt, äh, immer gesagt, ja, Minecraft Let's Play. Nee, nee, mach ich nicht. Kein Bock drauf. Aber die Frage ist, warum, habe ich das gesagt? Wegen diesem, naja, Vanilla Minecraft, nennen wir es mal. Äh, und... Jetzt habe ich etwas, wo ich dran spielen kann. Da kann ich spielen und spielen und spielen. Und trotzdem als Let's Play. Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Weiterher. Ja, vom Thema ablenken nur ein bisschen. Und... Jetzt ist es okay. Ja, eigentlich kann ich auch nicht viel erzählen. Und neben Minecraft, diesem Let's Play dann, und noch so ein, zwei andere Projekte. Ihr werdet sehen, was kommt. Ich werde gucken, ob ich alles immer jeden Tag, Tag für Tag hochlade. Oder ob ich mal bei einigen Sachen auch nur sag, alle zwei Tage oder alle drei. Oder so, wie ich Lust habe, was auch immer. Und dann googeln wir mal, nech? Ja, wenn die Frage ist, wer das überhaupt sieht, naja, wir werden, wir werden sehen, wer das dann sieht, letztendlich. Und ich sag mal so, es kann ja nur mehr werden. hm, wisst ihr was, ich glaube, ich lasse jetzt einfach mal, warte, noch ein paar Sachen anzünden. Und dann lasse ich laufen und mache jetzt ein Time-Zeitraffer. Das wird eh gleich laggen. Das wird eh gleich laggen. Oh Gott, this town is burning! So, jetzt kann ich ja ungestört reden und muss danach die Aufnahme noch viel zu lange weiterlaufen lassen. Ne, ich werde erstmal, ach, es geht ja nicht darum, was man spielt, sondern wie man es spielt. Und darum auch irgendwelche alten Spiele, die ich mal irgendwann gekauft habe, als ich noch kleiner war und noch einen uralten PC hatte. Okay, meine Mama hatte den. Und, ja, die Games mal wieder ausbuddeln und mal gucken, was man da spielen kann, spielen kann. Und so geht das, nech? Ja, und ihr werdet sicherlich die Stadt gerade hier abburnen sehen. Diese Stadt, äh, nein, es gibt sie nirgends so zum Download. Down, download. Ähm, müsst ihr schon selbst bauen. Ich hatte ja bei meinem alten Channel die, eine Vorlage für diese Stadt gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich das Video da verlinken, warum auch nicht. Und da, ja, kann man ja sehen, was draus geworden ist. Tja, tja, tja. Ach, ne, die, ja, die andere gibt es auch nicht mehr zum Download. Ha! Ha! Weil, weil diese Mediafire Links, ah, ne, RapidShare war das noch. Da wird bei mir immer alles wieder gelöscht, weil das keiner runtergeladen hat nach einer Zeit. Na, toll. Letztens habe ich eine Mail bekommen. Wird auch alles gelöscht. Na, toll. Hm, äh, sogar der Account wird gelöscht. Ist jetzt nicht die Nachricht, die man so gerne erhalten möchte. Aber, naja, was soll man machen? Und ich habe das Gefühl, da hinten brennt es gar nicht ordentlich. Achso, ne, das ist jetzt schon eh länger her. Ich bin, kann man so sagen, ich bin vorhin etwas rüber, weiter dahin geflogen, weil es aussah, als ob es nicht gebrannt hätte. Oh. Oh. Nun ja, äh, ach, egal, ich will jetzt gar nicht so lange irgendein Zeug labern, was euch eh nicht interessiert. Und darum lasse ich es hier burnen. Und man sieht sich. Äh, Chirio. Und, achso, das ist Minecraft Let's Play. Was ich da überhaupt machen werde, das werde ich zwar sicherlich dann nochmal sagen, aber, oh, es wird kein reguläres Minecraft-RP, wie ich vielleicht eben so etwas angedeutet habe. Nein, es wird, oh, egal, da war noch was normal vor. Ne, äh, es wird, ja, so, so, weiß nicht, wer, eventuell kennt jemand hier das Planetoid Map Generator. Das habe ich eingegeben im Internet und dann habe ich da eine Map gefunden und da werde ich jetzt ein LP draus machen. Nech? Nech. Gut, äh, ich werde das jetzt alles mal so vorspulen, dass ihr jetzt nochmal die Stadt sehen könnt, insgesamt so, wie sie jetzt aussieht nach so ein paar Flemmen. Ist das sicherlich schön, oder? Ja. Okay, dann. Tschüssi, Kowski. Und egal, wie ich jetzt hier bin oder ob ihr mich jetzt von dieser Aufnahme nicht mögt, weil ich jetzt nichts ordentlich gemacht habe, ähm, auch bitte, bitte guckt euch doch mal deines das nächste Video an, da versuche ich besser zu sein. Ja, oder, oder Slenderman, let's play. Ja, genau. Ach, hätte ich auch zum Anfang etwas früher sagen können. Alles bearbeitet, natürlich. Also, nichts selbst gemacht. Ne, doch. Ne, toll. Äh, nichts, nichts entspricht dort der Wirklichkeit. Alles auf der Traumebene. In einem Traum. Inception Nummer 2. Egal, äh, wenn ihr es bis jetzt hier angehört habt, dann noch. Tut mir aber leid, dass hier nicht so viel Interessantes dabei war. Äh, tschüss. Tschüss.